hallo freunde und willkommen in diesem video nur ganz schnell gezeigt wie wir unter windows 10 die automatischen updates ausschalten bzw komplett deaktivieren können warum auch immer wir das machen möchten das geht ziemlich schnell und einfach mit ein paar klicks und zwar über die gruppenrichtlinien über die lokalen allerdings vielleicht an der stelle noch mal der hinweis der wichtiger hinweis das funktioniert jetzt hier so nur ab windows 10 pro also ab der professional version wo eben der editor für die gruppenrichtlinien dabei ist genau wir rufen uns einfach indem wir die windows taste hier drücken und gp edit hier eingeben die gruppenrichtlinien bearbeiten das ist es ja allerdings würde ich das vielleicht als administrator gp edit ok punkt msc genau und das einfach als administrator vielleicht ausführen ja oder starten und schon haben wir unser editor hier ich mache das mal ein bisschen größer und wie und ja hier haben wir richtlinien für lokale computer dann administrative vorlagen aufklappen ganz unten nochmal unter windows komponenten und nun genau windows update hier windows update einfach markieren und hier auf der rechten seite suchen wir nach automatisch hier automatische updates konfigurieren wir sehen hier dass es nicht konfiguriert ist das ist die standard einstellung einfach mit der rechte maustaste auf bearbeiten und schon haben wir jetzt hier die möglichkeit das ist hier wie gesagt standard nicht konfiguriert hier können wir das aktivieren und jede menge regel möglichkeiten haben wir hier ja das ist jetzt hier alles selbst erklären ja wann und wie das die updates ausgeführt werden sollen ich lasse das jetzt mal weg weil das jetzt hier wie gesagt ja wer der interesse hat kann sich das hier anschauen in ruhe ist alles selbst erklären halt wir wollen das jetzt einfach nur deaktivieren hier und das machen wir genau in dem wir hier einfach ja markieren hier deaktiviert auswählen und übernehmen genau einfach auf ok klicken schließen und jetzt ist ja bestimmt sogar ein neustarter forderlich ich hatte das jetzt einfach mal neu und schauen wir mal nach ob das geklappt hat hoffentlich ich denke aber schon ja die update sind jetzt deaktiviert beziehungsweise startet jetzt einmal neu hier schließen ok und wenn wir jetzt nach unserer updates hier suchen wollen nach beziehungsweise ich mache das mal so einstellungen einstellungen system sehen wir hier dass wir auf dem neuesten stand sind allerdings wenn wir jetzt nach dem update genau wenn wir nach update suchen wollen sehen wie bekommen wir hier die die meldung dass einige einstellungen werden von ihrer organisation verwendet ja wir können jetzt nicht mehr sie sind offen und schon ja sind die automatische updates hier deaktiviert ich guck mal ob das jetzt genau also manuell können wir natürlich jederzeit updaten immer daran denken aber das wird die updates werden eben nicht mehr automatisch installiert ja genau das war es auch schon alles ich hoffe dass ich euch damit weiterhelfen konnte wenn ihr fragen oder ein ding habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal